Oh, ich kann schon wieder nicht schlafen. Die x-te Nacht geht das schon so. Und Sie? Schlafen Sie auch schlecht? Die ganze Stadt schläft nicht. So viele Irrlichtern die ganze Nacht durch die Straßen, gedankenschwer, voller Unruhe. Wenn Sie schon nicht schlafen können, dann rein in die Stadt. Rein ins Leben, rein ins Licht. Schlaflos in Berlin? Kann auch toll sein. Diese Lichter, diese Farben, diese Atmosphäre nachts in der Stadt. Es inspiriert. Besser als Schafe zählen. Tolle Bilder gesehen. Eine großartige Nacht erlebt. Hätte ich beinahe verschlafen. Schlaflos? Leute, verbrennt eure Betten. Macht was draus. Schlaflos? 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 Schlaflos?! Untertitelung des ZDF, 2020